meine lieben und willkommen zurück zu starry wo wir der letzten folge aufgehört haben und anscheinend haben wir schon gute arbeit geleistet bei der guten maro dass sie uns ins herz geschlossen hat und dass wir auch zu ihr ins zimmer dürfen bedeutet wir werden maro definitiv heiraten wo habe ich noch heute dabei ich habe kein holz dabei logisch gut dann gehen wir mal kurz ich hoffe ich kann auch so pierre ein wo schon wieder im brot jawohl weil ich für event mit epigale okay ollie hast du mich erschreckt warum schlägst du dich so an oder es wird epigen überlegen gott qual der wahl zwei hübsche frauen weil ich habe reise des paris kündig gespielt und schaffe nicht mal das erste level dieses spiel ist unglaublich schwer naja entweder das oder ich bin einfach schlecht willst du das level mit mir zusammen probieren vielleicht schaffe ich es mit deiner hilfe eher ich würde das jetzt wirklich oder jetzt bin ich gespannt spielen wir spielen das wirklich zu zweit aber Das war's für heute. Schaff mal schon Schaff mal schon Ah! Naja, also. Hey, das war lustig. Danke, du kannst echt gut mit den Joystick umgeben. Das wundert mich nicht. Oh, jetzt ist das schwer. Nehme ich jetzt Apigel oder Maru? Oh, schwer. Die sind beide so süß. Oh, man. Das ist echt schwer. Richtig schwer. Jetzt können wir das nächste Mal Holz sammeln für die Brücke unten am Meer. Weiß ich jetzt nicht schon gemacht habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich nehme doch Apigel. Weil Maru hatte ich schon als Frau mal. Ich nehme Apigel. Echt schwer. Ich weiß, wir das jetzt alles hier mal rein. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, ob ich noch Holz habe. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt eine für die Winterdrohe gemacht. Das Holz. Ja, ich brauche 200 oder 300 Holz. Ja, dann auf, auf. Müsst du jetzt schneller gehen und besser. Ich müsste, ich dürfe jetzt auch nicht so viel Ausdauer verschwenden. Sagen wir so, mein Frauentyp ist eigentlich, also ich bin da nicht sehr wählerisch. Ist auch egal, welche Frisur die Frau hat, wie sie, wie kann ich das am besten sagen? Es muss einfach passen und die Frau darf nicht verklemmt sein oder oberflächlich. Dann macht man als Frau bei mir sehr viele Punkte. Das Sportshirt. Ich habe ein Sportshirt gefunden. Ja, das ziehe ich aber nicht im Winter an. Zieh mir das einfach mal an, weil wir es jetzt neu dazu bekommen haben. Kann ich immer noch nicht haben, oder? Doch, ich kann Hartholz holen. Jawohl. Das finde ich gut. Ich glaube, hier wurde sowieso mal Zeit, um ein bisschen zu fällen. Na, komm her. Ich habe schon mal eine Frau kennengelernt, die konnte das über dem Tod nicht ausstehen, dass ich Videospiele gespielt habe. Weil die Frau Angst hatte, dass ich mehr Zeit mit Socken verbringe als mit ihr. Was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Jetzt sagen wir mal, jetzt gehen wir es mal pinnen. König der Soßen vielleicht? Nö. Bei den Geistern schaue ich schon gar nicht mehr nach. Mal weiter mit dem Holz. Weil ich will ja irgendwann mal meine zukünftige Braut auch heiraten. Und da musst du halt die Brücke reparieren und noch mehr, damit dein Typ auftaucht. Auch mit dem, bei dem ihr einen Ehering dir holen kannst. Ich glaube, dahinter ist Matt Reed, oder? Irgendwas Lielandes. Jo. Warte mal, das will ich anders fällen. So, das müsste jetzt reichen. Und eine mysteriöse Kiste haben wir wieder bekommen. So, dann gehen wir mal dahin. Nee, erstmal um die Hühner kümmern. Der Gedanke war schon gut, aber die Umsetzung war noch nicht so gut. Also sind die wieder sauer, wenn ich mich um die nicht kümmere. Na ihr? Auch wieder ein bisschen einsammeln, äh, finden liegen. Oh, damit die ja nicht böse werden. Ein Ei muss ich mir nochmal holen. Wenn wir jetzt ungefähr über 30, äh, über 30 Mayonnaise haben, dann verkaufen wir die. So. Das Gute dran ist, da wir jetzt, ich hoffe mal, dass die Axt für die, für die Bäume auch reicht. Dann können wir jetzt auch in den Wald, der links von uns ist. Aber ich muss jetzt erstmal Richtung Meer runter. Na, diesmal kein Brötchen. Das ist ja doch, oder? Mir ist nur noch gerade eingefallen, dass ich etwas hätte tun sollen, aber ich habe es vergessen. Ui, das passiert mir dauernd. Ja, das glaube ich dir. So, dann mal wieder Würmchen. Die mir nur Steinchen bringen. Wie viel Holz brauche ich da jetzt insgesamt wirklich? Ja, komm. So, jetzt haben wir die Brücke repariert. Jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt können wir die roten Eiken, äh, roten Korallen mitnehmen. Ab und zu werden da auch Seegel sein. Und genau hier an der Stelle, glaube ich hier, wird der Typ dann warten, wenn es regnet. Und wir können auch da jetzt renn kaufen. Ich kann nicht anders, wenn da Blubberblassen sind. So. Einer, die beißen aber dafür verrückt, ha? Das ist auch hundertprozentig eine Seegurke oder sowas, oder? Ja, oder ein sehr nicht gut motiviert, eine nicht gut motivierte Sardine. Ja. 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 Ja, das war zu weit. Ach. Ja, das war's. ich hoffe dass jetzt wirklich nicht verschwindet oder so er ist nicht da auch man hätte jetzt das verkaufen können man braucht man die steht hier auf dem schwarzen brettel ich suche eine mächtigen schleier dass man ja das immer selber die anzeige es gibt für jeden bereit ist 50 von ihm zu 50 in zwei tagen naja kann ich bei ihm was ich glaube ich so mehr ist ihre dinger kann ich bei ihm nicht verkaufen wenigstens das kopf verkaufen noch kurz schon aber irgendeine peter ja gut für 200 kaufe ich mir die was sind die hydrator platziert für stück obst oder es war drin und sie zu trocken 10.000 wenn mein geld wäre ich sofort weg nein danke verzichte vorerst ich könnte natürlich auch noch zum marini schauen ob da noch was interessantes ist wenn man mal also ab sofort kriegt gibt bekommt epiker jeden jeden amitisten haustier adoptieren ihr bedarf habe ich da noch irgendwas was ich nicht bräuchte hundehütte 10.000 ne das ist das da da warte ich nur ab 10.000 5.000 ihr habt den arsch offen mit den preisen auswertet reduzieren 40.000 für ein hund 40.000 für eine katze hallo geht's noch ich glaube ich werde kein neues haustier adoptieren ganz ehrlich ich bin doch nicht der krön ich bin doch nicht größer sei übertreibt halt das ist ganz ehrlich wie lange soll es da bitte schön spielen dass du 40.000 zusammen kriegs für ein haustier also schrieb und das ist wirklich übertrieben ne das ich würde bestimmt kein neues haustier vergisst es die leute also ganz ehrlich wer bei starry rally für 40.000 sich ein neues haus hier kauft der hat einfach sorry der schmeißt das geld zum fenster hinaus entschuldigung er wird es gerade haupt sehr den vogel raus kann ich ihn hier draußen irgendwo hinstellen natürlich nicht muss ich hier drin irgendwo hinstellen das heißt ja vom glauben abschuldigung das muss ich jetzt mal verdauen 40.000 oh jala ich glaube mal in die hülle hier rein schauen gut da sind wieder früchte und das ist fertig was ist das noch mal für ein chile rüber melons chile aber doch gleich weiter dann räumt sich das hier langsam schon mal auf ruhig irgendwie immer mal ein eingemachtes mal mit führen ganz ehrlich weg mit den zart da habe ich das andere schatten in den hin übernächtigen wir mal schreibt mir kommentare was ihr von dem preis haltet ich weiß gar nicht was ich dazu sagen ganz ehrlich ich hoffe der wende wird da nicht zu erfahrt für dich ich schreibe dir in diesem wie und ich so ein wenig hat heute bin ich brauche etwa zehn stück wenn du zu viel hast wenn ich nicht auch kommen ja kommen immer mal das hat heute schon mal mit und also machen wir jetzt mal auf dem weg in den wald erst mal ich hoffe ich kann schon in den wald in diesem teil ich können fische platziert werden ok habe ich irgendwelche fische eventuell ich habe hier fisch drin ich versuche es mal ich versuche mit dem mitternachts denkt ob das zählt hier kann ich fische platzieren einfach reinschmeißen oder was dann werden gezüchtet aussehen ändern namen kann ich nicht ändern ok dann testen wir das jetzt einfach mal sehen ob wir beim nächsten mal mehrere haben möchte ich sich erst mal um die hühner kümmern immer gespannt oder müsste man schon glaube ich mehrere teilchen bauen dass man wenigstens ein paar verschiedene fisch sorten hat jahrzehn hart holz ich will erst mal den harvey ein gefeind tun aber krass dass ich für dass der fisch noch lebt war so das heißt ich habe die ganze zeit lebendige fische gefressen schwierig irgendwie schwierig steht hier an den geschleim jäger zu erlangen sind zehn roten schleime in die tiefe negotiations und das gleich schon mal verkauft der da oder noch nicht da erst da oder ja da ist er ich habe was für dich habe was leckeres das mein liebsten kannst du gedanken jetzt sagte jedes mal ich sage das echt nur umgehen aber ich verdiene viel mehr geld während der krippe zeit und stimmt ja weil mehr leute kann werden wenn leute aufhören würden krank zu werden werde ich arbeitslos verstehe ich mir nicht falsch ich will dass leute gesund sind wirklich ja klar ist ja logisch so jetzt nutze ich das auch aus dass wir auch nähe vom klins sind weil jetzt gebe ich mir nicht meine spitzhacke her die soll jetzt verbessert werden das nehmen wir natürlich mit so klingt mein freund ich habe eine neue arbeit für dich werkzeug verbessern die spitzhacke jetzt bin ich spitzhacke los jetzt kann ich erst recht nicht in die mine ja die wir da hinten habe ich schon sehen die habe ich gesehen gerade die saat wo ich schon verkauft habe in je jetzt gehen wir richtung weit auf in den wald muss ich natürlich habe ich würden sind dabei leider nicht das hätte ich jetzt eingegeben genau dass ich plötzlich mit gewünscht habe zu weihnachtszeit an pflanzen kann ich aber nirgends oder natürlich nicht geht jetzt bestimmt wieder zum seilspringen im winter vor allem weiß man sehen was der so verkauft oder sie schrägung nicht was mich wo milchreisen namen 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 iridium waren 5000 radicien holzzaun pinker blühstuhl ja den brauche ich jetzt auf jeden fall oder warum ich kaufe ihn für euch einfach weil ich sagen auch habe jetzt bin ich mal gespannt ob ich den dem baum schon knacken kann nein die axt noch nicht gut genug okay dann mache ich hier ein bisschen frei was die stöcke mache ich jetzt hier weg und wenn ich schon mal hier bin eigentlich hier mal ich wollte wie so alles kaufen und sammeln dass wir alles mal ich will ja die 100 prozent schaffen ja alle gegenstände einmal wenigstens inventar haben oder mal gekauft haben sind wir genau 15.000 also die geister wieder schlecht darauf wenn ich will an und dann und 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 ich sorge schon quasi wieder dafür dass das geld wieder rein kommt so kann man sich es immer vorstellen wenn ich ange war ich angeln will und ich genau weiß wenn ich angel kriege ich zusätzlich geld ich werde mich allerdings unter meinen bekannten und freunden mal umhören ob die vielleicht nicht bock haben bei den let's play studio werde dabei zu sein bei einer weiß ich bei einer person weiß ich die wird auf jeden fall mitmachen hat sie mir schon gesagt ich muss nur mit ihr absprechen wann sie zeit hat und wenn ihre kinder im bett sind weil sonst würden die wenn man aufnehmen täten stören ok wir sind schon bei 30 minuten so freunde ich mag gehe ich bewegt begebe mich jetzt zurück platziere dem pinken plüschstuhl pinker plüschstuhl ja so heißt er wirklich vielleicht kann ich auch das hat das plüschstuhl drauf stellen ich weiß es nicht haben wir mal wie sieht sie aus ist immer noch einer drin ja es sieht nach einem aus weil ich weiß noch nicht wie das so funktioniert mit dem fischteich vielleicht brauchen wir sogar wirklich mehrere als nur eine mitternacht sind ein fisch wäre ja möglich den platzieren wir da kann ich den dreh wo dreht man denn der damann jetzt ein bisschen komisch auf wie ich drauf bocke aber hey wenn ihr bisher jetzt geschaut habt meine lieben freunde dankeschön für einen wieder mal wieder für ein tollen support wenn ihr bei mir bleiben wollt die wien neu sind aber wäre schön wenn es nicht schon getan hat denkt daran die benachrichtigungs glocke zu klingeln damit wir auch ja nichts mehr verpasst stadio valley kommt immer am donalstag vormittag nachmittag kommt lego der hobbit und dann würde ich sagen da drüben kommt ihr noch zu den anderen let's play dann sage ich mal bis bald